Düdü Lächeln Da bist du, da ist alles sieg Ich glaube, geh noch mal in dein Haus und such mich Genau, im Haus, ich hab dich schon gefunden Ach so? Guck mal raus, radolo Ja gut, unser Auto ist weg Jetzt sagen wir müssen ein Auto finden, oder? Ja, ein Auto auf jeden Fall Haben wir mal auf die Map geguckt Keine Mission Keine Mission Problem ist, wir sind jetzt Am Damm Da ist der Damm Da sind wir Trader City ist da oben Die Trader City da kommt mir aber neu vor Bei mir irgendwie auch, wo du es gerade sagst Ich wollte jetzt gerade nichts sagen Ich hab hier irgendwie nur einen Bandit Trader Das ist der da oben Ich brauche noch nichts davon gehört Lenzburg Boote Was? Hä, die war doch sonst immer links Wo wir sonst immer Ne, Lenzburg Die gibt es immer noch Boah, wir gehen mal dahin, oder? Ich hätte auch mal Da gehen wir mal hin, ja Am Damm vorbei, oder? Das ist genau der Weg Wo du letztes Mal gestorben bist What? Oh Gott Bin mir nicht sicher 3 für Magazine 3 Oh, das passt gut Ach, schönes Lingo Äh, schönes Lingo Ja, Lingo Das ist auch so Lingo Ja, wir haben so viel Lingo gespielt Für mich ist immer Daisy ist automatisch Lingo Ja Ja Sag so oft Oh, du musst heute Lingo zocken Äh, ne, Daisy So, wie schaut's da auf dem Damm aus? Kein Heli, keine Köpfe Bast An unserer Base meinst du, ja? Demer Schwerte vielleicht auch mal dann wieder nach Hause Die wir so cool mit der Kettensäge aufgebrochen haben Ja, komm, rennen, rennen Wie sie nicht angesprungen ist Ach so Hey, da unten stand doch mal ein Motorrad Vielleicht haben wir Glück Und da ist wieder eins Wir könnten da echt mal rein War ja nicht auch, ne, war nicht ein Typ-Doll-Bike Oder? Ne, war ja nicht Ne, ne Weißt du, wir müssen da genau am Damm vorbei Weil über den Berg glaub ich wär noch dümmer Ich meinst rechts vom Damm oder links? Ja, links Okay Aber Damm ist Damm Oh, da steht schon mal ein Auto Da steht schon mal ein Auto Vielleicht läuft das? Ne, am besten wär's wenn's fährt Stimmt Aber wenn der Motor läuft, dann läuft's eigentlich auch in Daisy Weil es gibt kein Getriebe Ja, ist okay Glück Scheiße Ja, muss sich raushängen lassen als Kfzler Oh, da war... War ich da noch ein? Ich hab noch ein Fahrzeug gefunden Du schaust mal deins an Ich schau das an Achso, ich wollte dir gerade ein bisschen Powerwatch geben Kann fast nur hier rechts irgendwo sein Also das Haus am Damm ist bis jetzt definitiv als... Oder zumindest die coolste Position, die ich für ein Haus gesehen hab Hier auf Napf Okay Da links So, abgeschlossen Abgeschlossen Und das ist bei dir? Abgeschlossen What the fuck? Vielleicht da kann's nicht sein, man Er schließt hier Karren ab Ja, verkauft Oh Gott, hab ich mir erschrocken Jetzt haben die gepult nicht erschrecken Alter, wieso hör ich ein... Im Hintergrund so ein ganz dumpfes Herz klopfen Also von mir kommt's nicht Hörst du das auch? Nur ganz makkant, ganz schwach Ist das meins? Ne, meins schlägt anders Wieso hör ich ein Herz klopfen? Ich bin super Zombie hier Das ist super, jetzt hab ich ihn gepult Wollte grad sagen, hey Ne, ich hör definitiv ein Herz klopfen Aber nicht dieses Ultraschnelle Banditenherz klopfen Wenn du einen anziehst Sondern einfach Ein richtig realistisches Boom, boom, boom Boom, boom Gott, du machst mir Angst Gefällt mir nicht Natürlich steht ja unten kein Motorrad Ich glaub da steht überhaupt kein Fahrzeug Ne, sieht alles leer aus Vielleicht haben wir Glück Wenn wir laufen los Und auf einmal ploppt da hinten wieder die Mission auf Die Mission war so geil Alle weggehauen BKP Action, yeah! Du hast ja auch echt gut getroffen Du hast ja auch echt gut getroffen Das war richtig gut Also halten wir mal fest Wir brauchen ein Auto Du brauchst ein Skin Und eine Waffe Und Ja, wir brauchen eine Kettensäge Die wir verkaufen können Das sind so meine Ziele Ja, das sind harte Aufgaben In Daisy Der ist hinter mir Perfekt Alter, dieses Herz klopfen macht mich narrisch Ich hör nichts, also ich merk nichts Komm mal zu deinem Charakter rüber Lass mal kurz nebeneinander stehen Nö Bei mir ändert sich nichts Bei mir? Ich hör gar nichts Ja, unten der Zombie wird wegen uns sein, ne? Ja, ist der der Sponpunkt Audio Ach so, vielleicht weil ich am Zittern bin wie Drecksau Warum bin ich denn am Zittern? Tatsache Das war's Herzklopfen weg Warum warst du am Zittern? Weiß ich nicht Vielleicht bin ich nervös War irgendwie vom Zombie geschlagen worden oder so Nicht, dass ich wüsste Fakt ist, es hat aufgehört und das ist wichtig Jo Oh, hab ich mich vor dir erschrocken Junge, 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 Junge Grad dachte ich mir, hier könnte bestimmt jemand campen, der die Basis da... Die Witze, auf einmal sehe ich dich da vorne Jesus Mein Herz Wenn man sicherlich die Wälder kämpfen, ist richtig geil Was ich halt an der sie fertig machen ist, du weißt nie, ist da einer, ist da keiner Da denkst du, boah, das sind bestimmt viele Leute, keine Sau da, da denkst du, ach hier ist niemand, Pam, bist du tot Ach, ja, wie das letzte Mal in der Stadt Komm, fahren wir doch direkt vor's Haus und hupen noch ein bisschen rum, hier ist eh keiner Bamm, äh, äh, Bamm, Lapua Dingens, Lapua, jawohl Jeder Atemzug kann der letzter sein, hier Berg runter geht, holy shit, richtig geil Bisschen, du da vorne Ich laufe da rechts entlang Ich geh nicht ganz den Berg hoch Ich glaube da sind wir echt ein bisschen arg offen. Jetzt fangen hier die Grillen das Zirpen an. Bei dir? Ja. Schnauze, wer zirpt, wird verfüttert. So schaut's aus. Das sind doch bestimmt 50 Stück drin oder? Ah ne, ist ein bisschen größer. Ne, ne, das sind so kleine Heimchendosen einfach nur. Da sind vielleicht 10, 15 drin. Ah, dann ist die Auswahl, dann kannst du wirklich den Täter finden dann. Oder schmeißt die ganze Woche rein. Alter, was ist denn los? Gerade wundere ich mich, hä, schon wieder Herzklopfen, jetzt bin ich schon wieder am Zittern. Irgendwie nichts am Essen irgendwie, oder? Essen passt und trinken eigentlich auch. Blut ist auch gut, ja. Warte mal, äh... Ja, Blut passt. Was ist denn das für ne Scheiße? Ich hab nur noch einen einzigen Painkiller. Ich fress mal Antibiotika, vielleicht... Hilft das irgendwas? Cannabiskonsum, irgendwas? Hast du, war nicht bewusst. Okay. Hast du noch Painkiller irgendwie? Ja, lass mal kurz schauen. Einmal, ja. Und trinken, ein bisschen Silber hab ich noch. Ja, ich muss den jetzt nehmen, das bringt nichts da. Hab ich den Painkiller genommen? Okay. Ich bin jetzt total verloren. Ich bin ja schon über so ne freie Fläche und so ein Megafelsen vorbei. Ich bin noch am Berg, eigentlich. Ja, ich bin auch noch am Berg. Ja. Ja. Mit läuft man ja weiter, mit den großen Steinen entlang. Ich hab noch 920 Meter. Ich hab 880. Vielleicht vorne. LOL. Okay, Mission! Oh! Komm bitte bei uns, bitte bei uns. Wo? Was? Du was? Deckung. So, Map. WTF? Wo ist denn? Hä? Lüge! Kann ich auch was sagen, ein bisschen. Das könnte sein. Soll ich noch irgendwie der Nachricht, äh, Markt und der Map oder so? Also ich mein, ich hab das mal gesehen. Bin mir auch nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Also bis jetzt noch nix. Hm. Oh, das war das Bandit Camp von letztes Mal. War das die Mission, ja? Ja, ich glaub das war die. Oh Gott, hat der Hase mich erschrocken, Mann. Ganz ruhig. Neun Häschen. Ja. Kam hier aus dem Baum, auf mich raus, dann auf mich raus geschossen. So ein wilder. Pam. Immer noch keine Markierung. Das wär natürlich geil, wenn das wieder bei uns ist, weil da gab's auch diese... ...Stunnerk Sniper. Und die Fahrzeuge bleiben dann da, bis du willst, du hast den Restort gerade erst. Ich glaub da gab's kein Hidi, oder? Ne. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir haben ja schnell, schnell gemacht, weil gleich Freestyle war. Ah, und da waren die guten Fahrzeuge weg. Und da jetzt war geflippt. Das war richtig fail. Wie weit musst du noch? Äh, ich warte mal ein bisschen noch, die 481 Meter habe ich noch. Ich hab noch 600. Ich hab noch 600. Achso, 600. Ich steh' ich schon. Ich steh' ich schon. Das ist leicht den Berg runter, ich wohne mal entgegen. Dann bleib ich mal stehen und schau' noch mal auf die Map. Immer noch nix. Da müsste. Ah. Ja. Ja. Ähm. Ich hab's nicht ganz genau gelesen, aber ist das vielleicht an dem Bandit Trader dann, oder? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Weißt du nicht. So, ein Bonbon eingeworfen. Bonbon. Ein Bonbon. Kennst du die Werbung? Vic, das Energie Bonbon. Ne, kenn ich nicht. Vic hat mal versucht, so mit Bonbon aus dem Markt zu erobern, mit so Energy Bonbons. Und hat halt so einen Staubsauger das Bonbon verschluckt und dann hat er voll Power gehabt. Und zum Schluss sagt so die Sprecherin, Vic, das Energie Bonbon. Achso. Richtig betont, ey. Bonbon. Energy Bonbon, okay. Hammer. Ich hab' nicht gewusst, dass es was geben soll. Hm. Ich glaub' das gibt's auch gar nicht mehr, das hat scheiße geschmeckt. Ab über den Stein. Oh, Wasser. Toll, jetzt hab' ich nasse Socken. Da hab' ich noch alles. Die Enfield Mac. Sag, ist da was drin? Weiß nicht. Haben wir nochmal auf die Map geguckt. Immer noch nix neues. Nö. Ja, schade. Weder Buggy, oder? Ich glaub' hier waren wir doch schon. Du. Vielleicht ist das jetzt neu. Man muss erraten, wo es ist. Dann hier steht ein Fahrrad. Jo. Abut. Okay, wahrscheinlich irgendwie gegen den kleinen Stein da gefahren. Ja, so sieht's aus. Direkt hoch. High Speed. Big Zack. Juhu. Jawoll. Juhu. Ampfelschwein in der Nähe. Sicher, dass wir hier schon waren? Ja, hier waren wir schon. Ah, Tatsache. Kannst du noch mal erinnern? Da wollten wir doch die Info kaufen. Lol. Da, schau mal. Der hat den Zombie-Uniform und Zombie-Gesicht. Schaut ausgelt aus wie ein Zombie mit Waffe. Bin hergekommen. Die waren schon hier? Den gerade. Geil. Vehikel. Sol mac Metal. So mit זה. Hier ist auch horn auf K exemplo. Ben Las ol." Für dich axis.